Hochplatz Düsseldorf, tolles Weinfest, Prost, am Rhein, superschön, viel mehr geht nicht. Heute ist unser Fickmarkt, Blick auf den Fernsehturm, die Rheinliche Post hat auch gerade angelegt. Hier unten ist die Bau in der Zwift, die Party nach dem Fischmarkt. DJ reist gerade an, der ist richtig voll und mega, coole Party, bisschen Strandkorb-Gefühling. Mit Blick auf den Fernsehturm, zum Medienhafen. Gut, da hat er auch die Getränke aufgefüllt. Ja, ja. Da sind ca. 100.000 Gäste auf dem Weg im Düsseldorf. Das ist mega geil. Hier nochmal ein Blick auf die Beachbody vom Club 112, Casamatten. Mehr geht nicht. Gemütlich, tolle Getränke, soll es essen. Jetzt gehen wir weiter, direkt zur Casamatten rüber, was zur Fränke gehört. Das ist der Sildo Fischkoden. Und da unten ist schon jetzt eine Riesenparty. Sensationell. Ich bliege auf dem Rhein und zum Fernsehturm. Mehr geht nicht. Wieder mal zurück zum Blick zum Wohnplatz. Ich bliege auf dem Rhein und zum'ischen Jetzt, dass ich gerade das Und in wo wo Einfach nur lecker, coole Party, jeden Tag DJ, volles Programm, einfach nur geil. Fußball, Boxen, egal welches Wortschritt, Budebatsch. Mega, keine Party, 80% natürlich reserviert, nochmal einen Blick auf den Bogenetz. Die Umis gegen die Rechtsbahn auch gerade. Das ist der DJ, also Matisse, ein Mal, ein Mal. Das ist der DJ. Das ist der DJ. Das ist ein paar DJs, die ganze Mannschaft. Jede Abend, Riesenmusik, sensationell. Jede Abend, Riesen, Riesen, Riesen. Jede Abend, Riesen, Riesen. Jede Abend, Riesen. Jede Abend, Riesen.